Oben, Juden. Ja. Was machen wir denn hier? Das ist eine braunge-rote Schädelkarte. Ich schieße gerne mal was vorbei. So. Oh, Schädelkarte. Gut. Krieg ich mal Rüstung. So, sind auch nichts mehr. Schade, schade. So. Da ist noch ein versteckter Raum. Nein, der Band ist eine Tür gewesen, glaube ich. Ja. Ja. Ich mach wieder einen Rock'n'Rodger. Ja. Ah, da geht's wieder hoch. Na toll. Ja. Auf der anderen Seite wollte ich nämlich auch gucken. Was da so gibt's. So, jetzt bieb ich hoch. Jetzt ist da die Tür hochgegangen. Ja. Ja. So. So. Andere Seite muss ich auch nochmal. was hier oben ist da kannst du aber alle abschießen das bringt mir wenig wieder bei der erfahrung so was ist das hier so das ist die frage wo finde ich die blaue oder rohne gelbe geht grad na toll die rote kika die vermisse ich irgendwie ich weiß nicht so kno so ein bisschen action hier noch reinkommt aber hilft ja auch nichts viel ohne karte das ist die frage wo ist die blaue kika das ist aufgelaufen überfragt überfragt hier waren wir schon überall warte ich muss mal hier scheiße ich muss mal über die abspaltung hier vielleicht komme ich da mit dem fahrstuhl weiter wenn es mal klappen würde so ah da ist schon die rote aber wie komme ich da hin die rote kika Da rüber. Jetzt hat sich die Tür geöffnet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann hecke ich mich doch hier am Bobbiss. So, der ist Geschichte. Der gibt auch meine ewigen Jahrgründe. Ich kann auch noch viel mehr geben. So, und wie kriege ich die Rode? Keycard. Das muss mir irgendwie ohne. Kommt es auch in die Geschichte ein. Das kam ja leicht. So, der ist auch tot. Mann, 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 Mann. Er schränkt meine ganze Munition hier. Ah, Mist. Komm ich jetzt hier raus. So, vielleicht mal Munition eingesackt. Hier braucht man eine Rode. Ja, toll, die Rode. Hallo. Das ist so, wie so Fleischräuber, ne? Rrrr, rrrr, rrrr. Echt. So. Das krieg ich auch gut gebraucht. Irgendwie ist nichts mehr gut. Hm. Da komm ich jetzt nicht weiter. Fragt sich warum. Überhaupt. Oh, jetzt werden wir mal ganz schlau. So, bescheuertes Level hab ich noch nie gesehen, ey. Mist. Ich dachte es klappt. So, jetzt gehen wir hoch. Komm ich auch nicht rum, ne? So. So. So blöd. Da bräuch ich die rote Schädelkarte und die funktioniert nicht. Echt. So, an der anderen Seite geh ich auch mal hoch. Hier muss man echt lange überlegen. Das ist ein scheiß Level. So, dann geht's hier lang, da lang, hier 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 lang, wie komm ich denn hier wieder raus, Mensch. Probieren wir es noch mal. So. Mit voller Bulle da rüber. Das muss doch schon aktivierend sein, meinerweise. Ja, ich brauch die rote Schädelkarte, ich hab sie doch. Ich hab sie doch mal hoch. Oh, was schade denn hier? Ich bin ein bisschen überfragt jetzt wieder. Weil ich überall war. So, jetzt gehen wir da wieder auch noch. Kommt's aber irgendwo nicht irgendwo rein, ne? Ich versteh's das nicht, worum geht das Level irgendwie nicht, oder bug oder was? Das kann doch nicht sein, dann muss ich das Let's Play jetzt abbrechen. Ah, hier geht's auch noch rein. Rote Schädelkarte, toll. Ach, fick dich doch, ey. Ach, da hinten geht's auch noch mal. Natürlich komm mal hier drauf. Oh, da komm mal drauf. Tür auf, Tür auf, Tür auf. Das geht doch. So, jetzt müssen alle die Türen zugefallen sein, ne? So. So. So, dann gehen wir hier drauf. Ja. Jetzt brauch ich ne blaue. So. So. Ich kann das Lied bald immer hören. Da ist die blaue. Da ist die blaue. Hasta la vista, baby. So, die blaue habe ich jetzt. Jetzt geht mal schnell nach da nochmal zurück. Äh. Hier geht's nochmal rein. So. So. Dann geht's hier rum. Nach oben. Mach hin. Mach hin. Mach hin. So. Hier rum. Auf die Palasttür. Schnauze. Hier. Na, endlich. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ohohoho. Elf Minuten, ey.